Vielleicht bist du auch im Fußballfieber und wirst heute Abend schreien und deswegen möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du schreien kannst, ohne dass du morgen eine kaputte Stimme hast. Punkt Nummer eins, achte auf deine Körperspannung. Wenn du aus so einer Haltung heraus direkt brüllst, machst du deine Stimmbänder kaputt und hast langfristig hinterher einen Schaden. Deswegen mach dich kurz groß und brülle dran. Zweiter Punkt, nimm deine Kraft von unten und nicht von oben. Schreie also eher aus der Tiefe heraus, wow, und nicht sobald du hier oben schreist, geht deine Stimme vollends kaputt. Schon dieses kleine Ausprobieren gerade höre ich jetzt gerade schon auf meiner Stimme. Du kannst dein Zwerchfell vorher fit machen. Mach Ksch, ksch, ksch. Dieser Muskel hier unten ist zuständig dafür, dass du viel Kraft hast beim Rufen und Schreien und deswegen kannst du da vorher ein ganz, ganz bisschen Übung machen. So wie unsere Sportler sich am Rande des Feldes warm machen, kannst du dich warm machen fürs laute Rufen. Dann achte beim Schreien auch darauf, dass du den Mund weit aufmachst. Je zuer du bist, desto mehr Anspannung hast du im Hals und machst damit deine Stimme zusätzlich kaputt. Wenn du das alles beachtest, also in die Präsenz gehst, dein Zwerchfell trainierst, von unten rufst und den Kiefer weit aufmachst, dürfte in der Regel nichts passieren. Ist trotzdem deine Stimme angegriffen und du merkst hinterher, uh, das ist nicht gut, dann inhaliere. Inhaliere einfach mit warmem Wasser, wenn alles vorbei ist und die Anspannung von dir abgefallen ist, nimm dir die Zeit, halte den Kopf über die Schüssel, Handtuch drüber und einfach tief atmen. Wenn die Stimme trotzdem wirklich am nächsten Tag im Eimer ist, hilft nur, möglichst wenig reden und nicht irgendwie mit einer schonen Stimme sprechen. Das macht deine Stimme eher kaputt. Ich hoffe, du hast viel Grund zum Schreien, weil viele Tore fallen. Hier ein Übungssatz, der dir helfen kann, das gut zu meistern. Deutschland vor, noch ein Tor von unten. Viel Erfolg und viel Freude heute Abend und bei allen weiteren Fußballspielen die Folgen.